Cool, wie wir nach dem Rennen hier so stehen. Das ist ja witzig. Habe ich vorhin schon gesagt, aber das war eh zu. Vorhin sind glaube ich die Leute schon durcheinander gefahren, danach. Wie jeder auf deinem Channel. Wer verschenkt denn so viele Geschenke auf deinem Channel, Katrin? Kannst du ihn da kurz vorbeischicken? Ich hätte gern auch, dass jemand so irgendeinen 10er Subbomber droppt, dann würde ich einen Emo Slug frei. Aber wie geht es dir so, Katrin, jetzt wo jeder mal falsch spielt? Fühlst du dich jetzt noch special oder ist das so ein bisschen... Jetzt ist der Zauber weg. Moment mal. Perso, 70 Subs. Oh Gott. Schick mal, Perso ist vorbei. Aber das ist krass. 70 verschenkte Subs. Was zur Hölle. Das sind 350 Euro. Kann dir mal die Geld scheißen. Ausgegeben, ey. Völlig irre. Aber mit dem besseren Turbo ist das Teil so geil, der AMG. Seht ihr die Turbo-Aufladung hier? Also nicht der Turbolader, sondern die Nitro-Einspritzung? Macht gar nichts in der Leistungsbewertung, was ich ein bisschen komisch finde, weil der auch deutlich besser wird mit der Zeit. Hab grad 65 Subpoints. What? Na klar. Wir ziehen einfach mal da pudelnde Einscheidern vorbei. Steine Mann bleibt Steine Mann. Still the main. Ich hab Maxime Mohr dafür. Mir funktioniert das Still the main, schreibe das Maxime nach dem Mohr ab. Der hat mich da, Killer, du hast mich grad von hinten angeschoben. Geht nicht, Killer ist vor mir. Killer kann es nicht gewesen sein. Nee. Das war der Kili. Ich hab mich gewundert, warum wird mein Auto nie langsamer? Ich brems doch. Aber der schiebt ja doch von hinten. Ja. Das hab ich auch erst gesehen, als er um die Kurve war. Dass da jemand schiebt. Ich kann normalerweise Texte im Rennen echt schlecht lesen, weil ich ein bisschen konzentriert sein muss, weil ja überall blöder Gegenverkehr kommt. Aber nach dem Rennen lese ich gleich nach. Das sind nur noch 40%. Und der Song muss lauter. Aber Brüttel, ich hab grad mitbekommen, wie eine Kurve, wo ich von uns gebremst hab. Kann ich ja wirklich durchfahren. Ja, der andere Hände rüber. Du kannst ganz viele Kurven tatsächlich durchfahren, wenn du genug Grip hast und die früh genug einlenkst. Wenn du einen Lenkpunkt passend erwischt. Hui. Oh, diesen hab ich so halbwegs gut gekriegt, die Schande da. Nicht immer so komisch aufgedotzt. Jetzt hatte ich grad diesen fast, äh, fast so frühes, ähm, Move drin oder so, wo ich über das andere Auto von Xenic wurde. Ja, stimmt. Das war, war im, war im zweiten Teil, ne? Ja. Glaub ich. Ich hab nämlich den ersten und zweiten am Freitag nochmal geguckt, ey. Der erste ist halt wirklich gut gehalten, meiner Meinung nach. Der zweite geht so, weil da haben sich dann doch ab und zu mal Animationen drin. Computeranimationen. Das siehst du halt inzwischen. Oh, da weiß ich nicht gut, welchen Platz ich erreichen soll. Wenn die Einblendung, die Texteinblendung, was du erreichen sollst, einfach hinter deinem Auto verschwindet. Okay. Weiß ich jetzt nicht, was ich denn machen soll, aber läuft. Hude, wo ist denn Platz da? In der Bange krabbelt schon Feuer. Dann kratzt doch. Oh, oh, Auto. Kratzen hilft. Ne, ich stelle merken und waschen. Ich stelle merken und waschen, warum denn merken, einfach alles waschen? Ich, ich spring einmal im Jahr einfach gegen die Wand, bis das Gröbste abdrückt. Das ist kalt. Okay, ich hab grad neben dem NPC mein Nitro gezündet und hab vielleicht zwei Meter gewonnen. Geil. Guter, guter Nitro. Oh Gott. Noch weiter rum. Die Schreck kann ich noch nicht so gut. Ne. Oh, ne. Ich hab grad irgendjemanden gerammt. Was für die Futterluke suchen. Jo. Ich hab jetzt halt spät gefrühst. Ich hab jetzt ne Weile noch, denk ich, Ruhe von woher her. Frühstück? Bei dir gab's hier. Ist der Trotter oder wie das Zeug hältst du? Ja und? Kuchen? Das ist Frühstück bei mir. Ich ess süß früh. Ich ess gar nicht. Was ich immer noch für eine schlechte Angewohnheit halte. Ja. Ich hab beide Schichten. Witzigerweise hat mein Neffe auch mal gesagt, er isst nie früh was. Und dann gab's bei mir, hat Brötchen früh frisch aufgebacken. Da hat er plötzlich früh was gegessen. Hm. Wo ich nicht weggefahren wollte, hab ich zumal noch mal gesagt. Soll ich noch irgendwas mitbringen vom Becker? Und? Hat sie aber gesagt, was du mitbringen sollst? Nee, die hat er noch. Hat er noch gehabt. Ja, was ist denn das für'n Rundkurs hier? Yes. Ich find die Strecke mega gut. Die ist schön anspruchsvoll. Ja, ne, ja. Und das ist ein Sprint. Ja, und das außerdem. Was ist das denn für'n geiles Steine-Wanny-Mode? Das ist außerdem ein Rundkurs und kein Sprint. Stimmt. Kippe ne Runde rechts oben. Ist kein Sprint. Mach ne? Das wäre ein Sprint. Ist nur ne große Runde tatsächlich. chair jesn, nur zwei Runden und nicht drei wie sonst immer. Warum liegen hier Palme rund? Warum liegt da eigentlich Stroh? Felix hat die Maske auf. In-Game halt. Nur wenn du mit Facecam streams, dann wär das lustig. Kommt ihr mir jetzt entgegen, weil ich hier so früh gewendet hab? Oh, uncool. Mir kommen jetzt hier die KI-Facher entgegen. Es ist anstrengend. Jetzt wisst ihr, was ich meine. Es ist anstrengend, wenn da einfach einer mit 200 entgegenkommt. Oh, da hab ich ja kurz was nicht gekriegt. Sag mal, Katrin, hast du eigentlich deine Emotes selber gemacht oder hast du jemanden, der das für dich macht? Bist du, also ein, also bist du selber kreativ und begabt oder bist du nur kreativ und gibst die Ideen weiter? Meine Frauen, die ich kennengelernt hab, sind kreativ und meistens sogar auch noch begabt. Also, Mel ist es manchmal sehr kreativ. So, ich... Ich hab jemanden mit weder kreativ noch begabt. Ich steh auf Stein und esse gerne Eis. Aber das ist doch... Das schließt sich ja nicht aus mit kreativ und begabt. Au! Warum? Ich warte hier halt auf euch. So, fahren wir jetzt noch ein Rennen oder wollen wir die Geatstufe jetzt schon steigern mit 14.000? Ja, bei mir hat das Rennen gerade nicht als abgeschlossen gezählt. Bei mir hat das abgebrochen. Richtig? Ja. Ich bin auch vor der Strecke gefolgt, warum auch immer. Haben wir wohl noch ein Rennen, würd ich sagen. Aber Benni hat's doch von uns auch geschafft, weg zu sein. Sag mal, Katrin, willst du eigentlich auch nicht so Speed spielen oder hast du einfach gerade Langeweile? Fuck. Bei Benni noch gesagt hatte, ich bin hier los. Ja, und dann bist du zu mir hingefahren mit dem einen letzten Cop, den du am Arsch hattest, der auf mich gegangen ist. Und du sagst, hm. Dankeschön. Danke. Ja, wir haben zwei Leute mit Kindern hier im TeamSpeak. Äh, im Boys. Die liegen aber gerade in den Betten. Die machen noch Mittagsschlaf? Der Kleine, ja. Die Große, die hört Musik. Achso. Und da liegt's auch im Bett, logisch. Mittagsruhe, soll sie bitte trotzdem halten, aber... Auch wenn sie schon... Ja, ja, logisch für den Kleinen noch. Ja, auch die Große. Woah, fuck. Naja, für den Kleinen, weil wenn sie nicht Mittagsruhe halten, dann schläft der Kleiner nicht ordentlich. Richtig. Schon klar. Ja, klar. Ich werde noch von der KI überholen. Gerade eben haste eine Langeweile. Also Katrin, ich kann dir sagen, dass nicht verspielt macht zumindest Spaß mit den, keine Ahnung, zehn Stunden die ich jetzt hab. Ja, guck mal, da ist eine Polizei. Guten Tag. Vorgesagt gestartet. Go, go. Ich verfolge gerade ein. Unglück bin ich nicht so weit froh. Witzigerweise hat er erstmal die Sirene angemacht wegen, wegen Pilotkeks und dann hat er sich überlegt, aber den krieg ich nicht mehr, nehm ich den Lotus dahinter. Woah, ich hab grad voll gegen Quiddel ne NPC-Auto ge... 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 Wobei, ich hab noch eigentlich einen dran, das sinds weiter. Achso, ja gut, dann haben wir beide jeweils einen hinbruch. Ja, würd ich nämlich sagen. Das Spiel sieht hier wirklich schick aus, haben sie es ganz gut hingekriegt, dass es schick aussehen tut. Vor allen Dingen, da sie die Effekte gut eingesetzt haben und es meistens ganz gut passt. Also ich bin jetzt wirklich ganz weit hinten, weil mir wurde gerade noch ein PC-Auto-Kurs Auto gelegt. Krass. Und das Fahrverhalten ist jetzt auch interessant, es ist nicht realistisch. Oh, ich entkomme. Ja gut. Dann komm ich halt. Kudel hat einen Platz für Polizisten. Ausdruckzeichen Discord gibt es bei mir, ja. Allerdings habe ich gesagt, dass ich jetzt nur für den Stream maximal vier Leute, also zuviel im Discord zusammen sein will, deswegen Killer Cakes zum Beispiel ist noch im Discord. In dem könnt ihr ihn unterhalten, der fährt auch mit. Also ihr könnt euch gerne dann in den Discord sammeln und dann sozusagen für euch, euch mit unterhalten und bei mir mitfahren, aber ich würde nicht alle mit in meinen Stream-Boys nehmen wollen. Aber aus dem Zeitpunkt Discord. Da ist mein Discord, da findest du auch Ankündigungen, wann ich streamen und sowas. Genau, was du streamst. Genau, wann und was ich streame. Wobei heute mit dem wann, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Ja. Wenn der Wecker halt, wenn der Wecker halt, dass nur ein Akku geht über Nacht, dann wird das halt schwierig. Oh Gott. Die Richtung hätt ich nicht nehmen sollen. Ähm. Ich laden noch jemand hinten dran. Warte, Kilogramm, damit ich jetzt das abkrieg? Nee. Mach das nicht, what the fuck. Ja gut, auf Heat 2 sind wir wohl auf jeden Fall danach. Ja, Heatstube erhöht, sag ich doch gerade. Hallo Polizei. Ich bin noch einmal mit dem Tank schon durch. Oh, wie der abgeht. Yo. Wecker stellen auf einen Sonntag. Ja, wenn man früh um 7 Uhr anfangen mit dem Stream, dann steckt man sich ein Wecker auf Sonntag. Okay, kommt euch entgegen, passt auf. Der trollt ein bisschen rein. Ja, ich aktiviere den Turbo und der Pulle zieht einfach mit mir, als hätte er auf Turbo verbaut. Ich hab... Meine Streamzeit ist aktuell standardmäßig um 7, Katrin. Meine Frissens nach haben die sogar Nitro mit verbaut. Also ich hab immer mal Nitro, wenn so... Die Züge hinter einem her sind. Klar. Das warnt halt direkt vor mir so'n... Wow. So'n Anhänger. Hi Ben. Aber mich... Die generieren mich jetzt gerade. Die haben auf euch mehr Bock. Also bei mir geht's grad voll ab. Hallo Polizei. Ich hab die gerade sogar gerabt. Das ist denen egal. Ah, jetzt. Jetzt gejagt von 4 Cops. Okay. Ich fahr jetzt hoch Richtung meinem... meiner Markierung. Also rüber zum Docks. Wir haben eine vernältige Person an die wir. Ach, ich bin kaum schon wieder. Ich bin schon wieder ins Komp. Die sind irgendwie ein bisschen verwirrt gerade hab ich das Gefühl. Hier ist zu viel los. Das war grad richtig viel los. Alarm. Halt. Geeker mitnehmen. Okay. Ich bin auch gerade gekommen. Was ist mit ihr? Pool steht hier... Äh Quatsch. Kinder steht irgendwo vor mir. Das ist mein Ingame. Mir hat noch viel Spaß. Dankeschön Katrin. Bis bald. Hab ich dich mit dem früh um 7 aufstehenden vergrault. Ja, das ist eine Horrorvorstellung für dich. So ein Horror-Streams kannst du nicht. Einen Kopf gecrasht? Ich habe auch keinen Kopf gecrasht! Willi, welche Rappstufe? Äh... 1,2... Nächste Stufe 8. 400 bis 16. Ja, oben hast du jetzt W stehen? Ja, ja. 1,2... Flamingo! Ne, Flamingo. Ja. Was kann ich denn dafür, wenn die Pups von mir hier... Ja, musst du die sehen fahren. Komm mit. Alarm! Wo seid ihr? Sehr schön. das war nur ein bisschen knapp oh ich reg' weitergeflogen ja über die große brücke hier ich verziehe mich ich lass euch das mal machen so neuen wagen freigeschaltest du 20 und jetzt wenn er einfach lang und 2000er skyline 2.000 mal nicht so schön nah am bau so lang jetzt da gibt es vier von 18 dann händler freigeschacht wir haben nur wieder zum händler vorne